Ich müsste halt grad Clay hier. Kommst du es dir bei mir abholen? Boah, bei mir, ich kann's craften. Ich hab eh genug Clay drin. Ja, und ich kann's halt immer nur verkraften, wenn irgendjemand was braucht. Diese Freezer sind so abartig. Yay, du freeze! Und du solltest mal in deinem Kell, äh, hier untergeschossen schauen. Wieso, was ist denn da? Wow. Sachen. Ein paar Hühnchen, wow. Der Freezer hat heute alle meine Tiere getötet. Was sagst du dazu? Wann ist das denn passiert? Heute Nachmittag, wo ich Folgen aufgenommen hab. Ach so. Da guckst du da rein, nimmst du dir Clay raus. Nee, gib ihm keinen Clay, ich hab ne bessere Idee. Gib ihm Lucky Eggs, da kriegt er auch Clay raus. Boah, wie lange sollen der da fahren? Ich hab aus fünf oder sechs Stück einmal Clay rausbekommen. Apropos, Melvin, hier war noch eins drinne. Hier, ein Lucky Eye darfst du haben. Und das macht was? Einfach öffnen. Und jetzt? Und was kam raus? Ich weiß es nicht. Guck in dein Inventar. Oh wow. Glaub. Einfach Papier. Naja, nimm's mit. Interessiert dich der Kopf nicht eigentlich? Ja, ich seh ihn, der ist sehr verbuggt. Es ist nicht wirklich verbuggt. Die bestehe aus Gelee. Okay. So kann ich auch Papier löschen. Boah, ich bin müde. Und wenn ich ihn dann schon in der Hand halte, wackelt der so herum. Hm. Das ist wie hier bei der Rüstung die Arme. Das ist, die wackeln halt auch. Nee. Die Beschleunigung, weil ich angefangen hab zu fliegen. Guck ihn dir doch an. Aber da könnte man auch das machen, siehste. Äh, eins. Äh, oh Gott, wie bei F1 blende ich nochmal aus. So, sehr schön, da hab ich doch das Thumbnail für die 100. Folge. Kommt drauf an, dein liegendes Skelett. Wir haben schon Thumbnail, ey. Brauchst du nicht mehr, wir haben schon Thumbnail. Haben wir grad geschossen. Ähm. Hat mich grad auch nicht sehr lange gedauert. Diesen doofen Helm zufangen. Irgendwie drei weitere Gaias. Nein. Mitten in der Aufnahme. Es kann doch nicht wahr sein. Äh. Melvin, das ist unprofessionell. Ja. Du musst... Du musst jetzt nicht anfangen zu weinen. Mhh. 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 Ja, so ungefähr. Wie mach ich dieses komische Blatt. Ist der jetzt einfach gegangen? Mhh. Ja, vielleicht haben die Eltern grade was gesagt. Mhh. Ich glaub mein Spiel verabschiedet sich grade. Da. You are still left with questions in horre how how extension do the plant effect with physical world? Your life in the wood. Blah 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 blah. Jetzt bist du gerade runter connected vom server. Energiefeld. Energy from a strange energiefeld. What's in the meinem Heid? Ich weiß nicht was die von mir waren, ich lass das mit Ruth erstmal sein, ich fang die nächste Mod an. Die brauchst du auch nicht, die ist nicht mal im Questbuch vorhanden. Nö, ich mach's einfach bloß just for fun, genauso wie mit den Backpacks, das ist einfach bloß wegen den Achievements. Ach du hast selbst die Backpack-Mod abgeschlossen mit den Quests? Mit den Achievements, jo. Extra Utility, oh da gibt's noch einiges, oh. Wenn du so auf Achievements unten stehst, hab ich ein echt gutes Modpack dann. Ich mach das jetzt nur just for fun, weil ich eigentlich gar nie wirklich weiß mit was ich jetzt noch irgendwie weitermachen soll. Weil ich hab Erze ohne Ende, ich hab's soweit eigentlich alles. Das war Ruth, das wollte ich jetzt, ach du scheiße. Die Hälfte von Actuali Addition hab ich ja schon gemacht und ich hab davon kein Achievements bekommen. Geil. Ich hätte dir ja empfohlen überall, guck dir mal das Modpack Featbeast Affinity Evolved Skyblock. Wobei Expert Mode nicht meint's unbedingt, aber den normalen Mode schon alleine. Warte mal, war das nicht das, was der Baloo immer gestreamt hatte im Singleplay? Nein. Gut, wie hieß denn das eigentlich, dieses riesige... Also ich glaube nicht, dass der das angefangen hat, das ist was Skate macht. Skate, achso, nee. Weil ich weiß, dass Baloo immer so ein riesengroßes Modpack hatte. Auch ein Questbuch, wo du wirklich erst einen Questzweig vollenden musstest, bis der nächste freigeschalten ist. Wo er, wo er so dämlich war und ich... Stratikus Geiss? Oh, das weiss ich nicht, ich weiss bloß, dass er... Wobei, das hat er mit den anderen gespielt. Ich weiss, dass er da richtig dämlich war und Slimes gegessen hat. Obwohl er eigentlich Bäume herstellen wollte. Ja, ist... Ja, egal. Simple Generator, okay. Draconic. Ja, gut. Dann... Weiss ich, wo ich jetzt anfange. Draconic. Und da wirst du nicht wegkommen. Egal, ich mach erst nur so weit, wie ich eben komme. So, den Dust hab ich ja schon. Aber ich brauch das fürs Archiv mit. Äh, gut. Ich muss erstmal die Pflanzen abernten. Wenn ja hier mal Draconic. Für einige Rezepte brauchst du den Dust, dafür würde ich dir den Scorscher empfehlen. Ich hab ja schon 13 Dust. Aber für... Dings, äh, für das erste Achievement muss ich halt in so einen Barren klein häckseln. Was nicht in der Segment geht. Actually, Editions Crusher. Hab ich grad schon zum zweiten Mal, sag ich das jetzt? Äh, wo hab ich jetzt dazugehört. Äh, jetzt steht bei mir drüben in der Base einer. Och, ich crafte mir selber eben. Crusher. Der ist ja easy peasy. Ich hab sogar den, äh, Autocrusher oder Doppelcrusher. Ich weiß gar nicht, wie das Ding hieß. Sind zwei Crusher. Crusher, Doppelcrusher... Na, Double Crusher gibt's noch da. Aber der einfache reicht ja aus. Da fehlen mir nur diese komischen Teile hier. Ich hab mir den Double Crusher gemacht, weil ich, äh, mit Draconic Obsidian gearbeitet hab an einer Stelle. Und dafür brauche ich halt ein bisschen mehr, äh, äh, Draconium Dust. So, dann muss ich den Block hier mal kleiner machen. Ich guck mir jetzt auch mal die, äh, Achievements an. So, der Crusher braucht ja bestimmt Strom. Mhm. Also einmal hier runter und in eine Stromleitung ziehen. Äh, da ziehen wir die hier. Okay. Ne, hier geht's nicht. Ja, warum krieg ich das jetzt schief halt nicht? Das könnte ich hier oben ziehen. Ich glaub, das Draconic Information Tablet musst du im Dings craften. In, ähm, äh, normalen Crafting Tablet, weil er im Dings kriegt das Achievement nicht. Okay. Jetzt krieg ich's. Ja, musst du im normalen Crafting Tablet craften. Okay. So, das haben wir. Dann. Äh, äh, eine Kugel, ein Barren, ein so'n Pimmellingsbums. So. Der will doch bestimmt wieder irgendein Chiseled Stone. Stone Bricks. Ja, dann darf ich das nicht da haben. Ja, jede Art von Stein geht da. Ne, Krabbelstone geht nicht. Ein Stein. Ja, ich muss aber gucken, äh, weil da steht da Chiseled Stone, äh, aus was der gechiseled ist. Ja, unten drunter steht Accept Any Stone. Gesundheit. Akzeptiert jede Art von normalen Stein. Nein. Ja, ich spüle. Ja. So, Nummer eins. Dann das da. Äh, schmelze den Dust. Habe ich doch gerade erst ins hergestellt. Okay. Das und diese... Better than Diamonds. Diese, diese komische Kugel da. Okay. Das geht. Hallo, wirst du die mal raus? Hä? Was ist denn hier? Was ist das denn bitte schön? Jetzt, äh. Leute, was war denn das für ein Leck? Du leckst gerade anscheinend auch. Ja. Der Server leckt. Also, ich habe volle Verbindungen. Bei dir fehlen zwei Striche. Ja. Der Weg. Äh. Achievements. Äh. Achievements. Jetzt brauche ich das da. Äh. Was ist das? Ja das müsste das gewesen sein. Da fehlt mir noch was. Ich habe meine Erzfahne hier unten erstmal wieder deaktiviert. Der Comic-Core, den Weather-Controller und den Disenchanter. Oh ich habe keine Erzfahne mehr. Dann wird es Zeit neue herzustellen. Ja mache ich jetzt auch. So. Sechs, zwei noch davon. Sieben, acht. So und das. Dann brauche ich... Okay, das Ding, das Ding und das Ding. Eins, zwei, drei, vier. Das Ding. Da brauche ich schon wieder so ein blaues. Da brauche ich schon wieder so ein blaues. Und für das brauche ich sogar eine Lidernis. Da brauche ich vier blaue. Alter Schilder. Und hier kommt man noch daran. Das ist der Arc-Furness. Es gibt keine Dracony-Kühnchen. Schade. Schade, 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 schade. Aus gelben Dingern könnte ich was rauskriegen. Ja, dann... Ja, dann... Vielleicht mach ich mal kurz weiter. Ja, dann... 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 Ja... Ja, dann... Ja, dann... Muss ich mir mehr von den Pflanzen herstellen? Ach du brauchst weitere Seeds? Ich hab ja bloß 3 Draconics, ich will jetzt aber mehrere Pflanzen davon herstellen, weil ich ja jetzt einiges davon brauche Ich kann dir 3 Pflanzen abgeben, also 3 Seeds, ich hab die überall, ich brauch die nicht mehr Ja, kannst du gerne machen Kannst du sie abholen? Ja Ich hab's mir aus dem ME genommen Okay Tirex dauert jetzt noch 2 Wochen bis der wiederkommt Ja Das ist richtig abfuck, ich glaub wenn der wiederkommt sind wir alle fertig Mhm Mein Problem ist grad in erster Linie für weiter Erfolg machen, bräuchte ich das End, für Anfang schön bauen bräuchte ich das Deep Dark Ja, muss ich gucken welches ich jetzt am kommenden Wochenende freigebe Wobei das Deep Dark eigentlich besser wäre auch bis erster Ja 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 Was habe ich hier gerade gesehen? Wo drin? Bei mir im ME. Gelbe Loot Bags und dunkelgrüne Loot Bags. Rote und komische blaue, die mir nichts sagen. Der dunkellilerne mit blauem Band, da ist ja nur immer ein Bett drin. Das weiß ich, aber die gelben mit roter Schnüre sagen mir nichts. Die dunkelgrünen, die hellbüren und die roten sagen mir auch nichts. Spawn Eye Chicken läuft, Nether Quartz und der Rest ist Müll, gekochtes und rohes Fleisch. Noch ein Spawn Eye Chicken. Noch ein Spawn Eye Chicken. 36 Glas und über 200 Stone. Nether Quartz, Essen, Nether Quartz, Nether Quartz und schon wieder sinnlos Stein und Glas. Wo kommen die denn her? Das ist seltsam. Wer weiß, wer weiß. Was habe ich jetzt in der Folge gemacht? Mein Name. Doch, ich habe mit Draconic angefangen. Ich mache mal kurz zu dir. Die Folge ist jetzt sowieso nicht.